Hallo meine Lieben, manche machen Babypausen, wir machen Corona-Pausen, deswegen war es jetzt irgendwie eine Zeit lang, hat es keinen Podcast gegeben. Wenn jetzt nicht ich auch noch irgendwann positiv wäre, dann gibt es jetzt wieder regelmäßig Content und heute fangen wir an. Heute geht es um den grünen Trainingsplan auf TrainingPix. Ja, hallo, auch von meiner Seite, Sausi, Geri und meine Wenigkeit, wir grüßen euch. Hallihallo, grüner Plan, grüner Pass, Corona, was auch immer. In jedem Fall steht fest, Geri, du bist der Letzte in der Runde, der noch davon gekommen ist. Nur eine Frage der Zeit, die Einschläge kommen näher. Ich möchte aber nicht unbescheiden sagen, dass wir die absoluten Rekordhalter bei CT-Werten waren. Mario 15, ich 16, so ansteckend ist er uns gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sitze da mit zwei solchen Föhlen zusammen, das ist ein Wahnsinn. Geri, du kommst auf 14 noch. Ja, ich glaube an dich. Ich nehme mich, dass da gerade toleriert mit euch, glaube ich. Ja, wurscht, das Wesentliche ist alles wilde Verläufe, alle dreimal geimpft, somit ist kein Problem. Absolut, die Freitesterei war ein bisschen zacher, deshalb jetzt erst wieder Podcast-Time. Genau, aber jetzt, wenn es wahr ist, bleiben wir wirklich in der Regelmäßigkeit. Der grüne Plan hat es ja angeboten. Was heißt denn das? Was meinen wir damit? Viele nutzen, alle unsere Athleten nutzen Training-Picks und jedes Mal, wenn eine Einheit erledigt wird, dann wird diese grün hinterher. Vollständig erledigt wird. Vollständig, naja. Erledigt wird in Bezug auf die zeitliche Vorgabe. Und für viele Athleten ist das natürlich erstrebenswert, dass der gesamte Plan grün ist, um es vorauszuschicken, grundsätzlich eine gute Einstellung. Ja, absolut. Es ist natürlich immer die Frage, oder die kommt dann so quasi, wie viel Toleranz hat eigentlich so ein Trainingsplan übers Jahr gesehen? Spätestens, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir vielleicht mal die aktuelle Phase her und man ist aus welchen Gründen auch immer jetzt entweder durch einfach einen positiven Test in Quarantäne oder tatsächlich krank, dann wird schnell einmal die eine oder andere Einheit nicht nur gelb oder orange, sondern gar rot. Und da schmeißen dann viele die Nerven weg, obwohl mitunter über das ganze Jahr in Summe gesehen wesentlich mehr Einheiten rot sind. Und da ist dann immer die Frage, wie viel Impact zum Beispiel hat diese eine Woche im Vergleich zum Beispiel über das Jahr hinweg durch permanent irgendwo die ein oder andere ausgefallene Einheit. Eine rationale Antwort gibt es natürlich. Man kann die Einheiten pro Jahr einfach zusammenzählen. Wenn man sagt 10 Einheiten pro Woche, sind es 520 Einheiten. Wenn man zwei Wochen nichts macht, hat man 20 Einheiten verpasst. Prozentuell ist es, glaube ich, vernachlässigbar, oder? Ja, Mathematik-Professor. Ab jetzt, Herr Professor, ist natürlich vernachlässigbar im Endeffekt. Darum beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie schaut es eigentlich in einem Nicht-Krankheitsfall, also im regulären Trainingsbetrieb aus, wie müsste da die prozentuelle Erfüllungsrate oder die Grünquote sein? Ja, also im Best-Case-Szenario kann man vorab zumindest einmal die nächste Woche ja schon ganz gut abstecken in Bezug auf Zeitbudget und Bezug auf Termine. Und wenn man da rundherum dann das Training sinnvoll plant, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Einheiten zu einem riesengroßen Teil grün werden, auch gegeben. Aber so wie das Leben spürt, ist es oft nicht so und es kommt was dazwischen. Es ändert sich etwas an diesen Vorgaben und dem Zeitbudget. Und das ist dann noch immer ein langer Grund, eben die Flinte ins Korn zu werfen oder die Nerven zu schmeißen. Gefährlich wird es erst dann, wenn man aus meiner Sicht dann Einheiten nachholt, euch an einen Tag schiebt, vielleicht Intensitäten fürs Wochenende aufkollt und dann euch an einem Tag abtrainieren möchte und dadurch den Plan grün machen will. Ich würde das sowieso mit dem Sternerl versehen, mit der Fußnote versehen. Bewusst dann Einheiten zu schieben, selbstständig zu schieben und dadurch die Grünheit zu erzielen, macht nicht viel Sinn, weil es sehr schwer nachvollziehbar ist, wie und was dann zustande gekommen ist. Weil abgesehen davon, dass ja der Plan dadurch in Wahrheit nicht grün wird, sondern er ist komplett rot, weil man die Einheiten ja zu einem Tag macht, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Und da vielleicht ein Satz da dazu. Das fällt schon auf in der täglichen Betreuung. Also ich glaube, jeder von uns hat einen oder einen anderen Athleten oder eine Athletin, die oder der freiwillig die Einheiten selbst anpasst. Und da merkt man dann natürlich schon, wenn man sich dann die Wochen irgendwie anschaut, dass die eigentlich beabsichtigte Steigung oder Balance aus Belastung und Entlastung halt einfach dann irgendwo absurd umgeführt wird, weil halt zum Beispiel drei Hiteinheiten irgendwie innerhalb von drei Tagen sind, wo es schon um Vorbelastung geht oder auch um Kohlehydratspeicher oder ähnliches und auf das dann einfach keine Rücksicht mehr genommen wird. Also da sollte, glaube ich, schon jedem bewusst sein, dass das, was der Trainer da in dem Plan schreibt, nicht da reine Beschäftigungstherapie, sondern dass da schon immer ein Hintergedanke darin besteht, wie funktioniert das Spiel aus Belastung und Entlastung und nicht nur aus verletzungsprophylaktischer Sicht, sondern natürlich auch aus Leistungsentwicklungssicht, weil das ist schon ein eklatanter Unterschied, ob man zum Beispiel die zwei, ich sage es mal, harten Einheiten in der Woche auseinanderzieht oder ob man die nacheinander schaltet. Ja, ich würde es noch viel allgemeiner formulieren, gar nicht so sehr, was der Trainer am Plan schreibt. Es gibt da genügend Trainingspläne, die zur Verfügung sind ohne einen Trainer. Ja schon, aber da hat ja auch der Verfasser einen Gedankenkopf. Genau, die Ziele nimmt genau auf dasselbe ab und es ist die Reihenfolge maßgebend, vor allem in einer Sportart wie Triathlon, wo man es möglichst gut schaffen sollte, drei verschiedene Sportarten miteinander zu vereinen und am Tag X dann eine Bestform in allen drei Disziplinen rauszuholen, wird diese Reihenfolge und die Aneinanderreihung von den einzelnen Einheiten immer wichtiger, weil es einfach Wechselwirkungen gibt. Und dann natürlich auch die Intensitäten zu berücksichtigen, Stichwort Hittraining und wie viele Hittrainings wollen wir denn machen, wenn wir drei Disziplinen haben und wie geht man da vor? Genau, eins noch da dazu, wo mir zum Beispiel ein bisschen das Verständnis fehlt. Also wir machen das ja so, dass quasi unsere Athleten ja Zeitvorgaben erstellen können und der Plan sich dann anhand der Zeitvorgaben orientiert und das finde ich halt dann schade, wenn man diese Möglichkeit und das ist ja mitunter der größte Unterschied zu einem vorgefertigten Plan von der Stange nicht nutzt und beispielsweise jetzt jeden Tag mit einer allgemeinen Vorgabe von ich sage mal drei Stunden beziffert und dann der erstellte Plan, der natürlich dann aus Freigeistgedanken vom Trainer entsteht, nicht durchsetzt oder umsetzbar ist, aber schon bei der Planerstellung und gleich umgeschoben wird. Weil da denke ich mir, da liegt ganz viel Potenzial am Tisch, was nicht genutzt wird und im Endeffekt ist das auch das, wofür Athleten ja zahlen und das finde ich mir sehr schade, wenn das nicht genutzt wird. Also das sind dann, sage ich mal, die Bread and Butter Athleten. Ich gebe dir vollkommen recht, mich selber persönlich stört es als Person und als Trainer, weil man will ja auch, dass seine Arbeit einen Mehrwert hat und wenn der natürlich durch willkürliches Herumschieben, dann gestört wird, dann ist das ja natürlich auch eine Sache, die schade ist. Ich muss da nur reinkritschen, weil der Hörer vielleicht nicht weiß oder die Hörerin, aber es gibt ja die Möglichkeit jederzeit dem Trainer zu schreiben, es geht sich heute nicht aus, kannst du das umschieben. Also es ist ja nicht so, dass die Funktion nicht da wäre und dann wäre es ja verständlich. Ja und da will ich auch hin und die Frage grüner Plan ist, aus meiner Sicht ist die Frage immer interessant, ja ab wann und vor allem für die Leute, die jetzt vielleicht keinen Trainer haben, soll ich den Plan, den ich habe oder den ich mir vielleicht sogar selber erstellt habe, nicht erfüllen, weil es gefährlich wird und eigentlich dem weiteren Leistungsaufbau abträglich ist. Also Stichwort Hittraining, wenn man einen schwachen Tag hat, wenn man sich nicht gut fühlt und ich habe auch solche Athleten, indem ich anrufe und sage, ja muss ich das heute machen, vielleicht ja. Aber nicht nur, weil ich jetzt, sage ich mal, das letzte Wort haben möchte, sondern am Ende des Tages frage ich dann schon, habe ich meinen Fragenkatalog, wo ich halt schon sage, der Athlet vor dieser Einheit nur zu viel Respekt oder geht es wirklich nicht und da muss man halt abwägen. Sind es Schmerzen, ist es Krankheit, ist es sonst irgendetwas? Ist es Mörderarbeitsstress? Ist es Mörderarbeitsstress, ja. Ich nenne die Einheiten dann immer so, wenn es eine Einheit für Geist und Körper ist, also jeder kennt sowas, wo man schon die ganze Woche davor nervös ist und weiß, da scheppert es dann richtig. Wenn es da natürlich dann in der Arbeit irgendwie ein Mörderstress gegeben hat und vielleicht noch Überstunden oder so, dann ist das für mich zum Beispiel was, wo ich echt sage, der Plan wird umgebaut, das bringt nichts. Wenn du nicht mit vollem Fokus dabei bist, in neun von zehn Fällen schaffst du die Einheit nicht, weil das ist bewusst irgendwas am Limit. Und in dem anderen Fall ist es, dass es einfach so viel Substanz kostet, ist es einfach für wichtigere Phasen in der Saison bräuchtest. Und das ist zum Beispiel was, wie es du jetzt gerade gesagt hast, das muss man halt dann abwägen, aus welchem Grund ist es. Man hört es manchmal auch aus, also ich habe ja viele Athleten, die mir WhatsApp-Soundmessages schicken und dann hörst du meistens eh schon die nicht-intentionalen Signale raus. Ist der müde oder ist der einfach nur, ja, will er jetzt verhandeln? Wobei ich jetzt das Glück habe, dass ich wenige Verhandlungsathleten habe, sondern eher Athleten, die tatsächlich auch Angst haben. Junge Athleten oft, die vor einem Hittraining sagen, oh mein Gott, schaffe ich das. Und man dann einfach, gerade wenn man sagt, als Trainer man drückt drauf und man pusht das jetzt, dass das gemacht wird, soll der Mehrwert mehr sein, dass der Athlet was lernt. Was wir ja nicht wollen oder was ich nicht, was wir alle nicht wollen, ist den Athleten zu zerbrechen mit der berühmten Einheit. Und die gibt es, die nämlich zu viel ist. Ja, natürlich, aber trotzdem ist die Verhandlungsbasis des Athleten relativ schwach, wenn sie jemand da… Wenn er Elektrostöße bekommt. Ja, naja, die Einheiten sind ausgenommen eben, wie ihr gesagt habt, wenn Krankheit ist oder irgendwas, was einfach die Einheit unmöglich macht und wirklich im Vorfeld absehbar unmöglich macht. Das ist ein anderer Fall, aber wenn es in die Richtung geht, ich habe Respekt vor der Einheit und das wird vielleicht wehtun und das wird anstrengend und das wird hart und es könnte sogar sein, dass ich diese Einheit nicht schaffe, dann ist die Verhandlungsbasis sehr schwach, weil dann geht es trotzdem darum, das zu machen, das zu probieren und den trainingswirksamen Reiz zu setzen. Und gegebenenfalls zu schauen, ob es zu viel war. Es kann ja sein, dass wir uns lauverspekuliert haben, aber dann wissen wir es wenigstens. Ja, genau, dann wissen wir es und dann ist ein Learning beim Athleten und bei uns passiert und vieles ist einfach eine weitere Entwicklung durch Erkenntnisse daraus, was man produziert. Trainingseinheiten, Leistungen, die man produziert. Und ich glaube schon, dass man da hin und wieder die Leute ein bisschen pushen muss. Und das ist ja mitunter auch genau der Mehrwert von so einem Plan, dass man dann diese ungeliebten Einheiten, die ohne einen Trainer vielleicht nicht funktionieren würden oder die Motivation fehlt oder bis in alle Ewigkeit weitergeschoben werden, auch funktionieren und abgearbeitet werden. Vielleicht ein Thema, dass man sich beim Zuhören auch ein bisschen was für sich selbst mitnehmen kann. Ich glaube, für viele baut das ja auch eine Drucksituation auf, wenn immer irgendwie irgendwo was rot ist. Und es gibt halt auch Athleten und Athletinnen, wo einfach jede Woche irgendwas rot ist. Und wenn man das wirklich nachdrücklich ändern will, also wenn man das wirklich für sich ändern will, dann kann man durchaus einmal am Ende der Woche beginnen, eine Liste zu schreiben und sich einmal aufzuschreiben, warum ist die Einheit einfach rot gewesen. Und wenn man nach zehn Wochen einfach draufkommt, dass es jedes Mal ist, weil am Montag keine Zeit war, dann ist es vielleicht einmal gut, beim Montag in der Zeitvorgabe hinzuschreiben, kein Schwimmen, wenn immer die Schwimmeinheit ausfällt. Oder Dinge wie, sei es Nervösität, oder wenn man es wegen dem Wetter ausgelassen hat, dann sollte man sich vielleicht auch einmal die Frage stellen, ob man nicht vielleicht in eine Regenjacke investiert oder in eine Windjacke. Weil Laufen bei Wind, muss ich ehrlich sagen, ja okay, wenn das irgendeine maximale Bolzeinheit ist, wo es um eine genaue Pace-Vorgabe geht und so wie jetzt da bei Orkanartigen Dings, ja dann kann man adaptieren. Aber nicht Laufen zu gehen bei Wind, ist finde ich in einem Sport wie Triathlon schwierig. Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also da fehlt mir eher das Verständnis. Wo ich Vollverständnis habe, ist bei Cloud Dias und so weiter. Ja, das ist was anderes. Aber da würde ich schon einmal so eine Liste schreiben und mich einfach einmal fragen, gibt es einen gemeinsamen Nenner, warum Einheiten ausfallen? Weil dann kann man wirklich an einer Schraube drehen und kann sagen, okay, dann ändern wir halt einfach die Voraussetzungen für das. Wer jedes Mal versucht, an einem Dienstag um 6.30 Uhr oder teilweise noch früher schwimmen zu gehen, weil man sich einbildet, das kriegt man vor der Arbeit unter und jedes Mal am Dienstag in der Früh nicht aus dem Bett kommt, weil der Montag einfach auch ein langer Tag war, dann wäre es vielleicht gescheiter, wenn man sich überlegt, ob die Einheit wirklich einen Sinn macht, sie zu planen und sich vielleicht einmal wirklich auszuschlafen und dafür das aufs Wochenende zu legen und einmal mit einem gewissen Mindspace und mit einer anderen Motivation zu machen und dann dafür wirklich zu machen. Das ist ja jetzt eben ein Punkt, den du gerade erwähnt hast, der vor allem für selbstbetreuende Athleten wichtig ist. Ich glaube nicht nur. Ja, aber wir ermutigen ja unsere Athleten, dass sie bei Trainingpicks doch relativ viel eintragen und sich dann auch schon einmal relativ viel Erkenntnis rausziehen lässt, dass manche Tage bei manchen Athleten einfach nicht gehen. Es kann aber durchaus sein, dass die Rechtfertigung vor dem Trainer mitunter auch ein Problem ist und dass man zum Beispiel reinschreibt, es ist sich arbeitstechnisch nicht ausgegangen und in Wahrheit könnte es vielleicht ein Motivationsgrund sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das das ein oder andere Mal ist. Für mich geht es da eher um eine Selbstreflexion für denjenigen oder diejenige ganz persönlich, wenn man wirklich an diesen roten Einheiten was ändern will. Ich dränge es auch immer ein bisschen dazu, vielleicht auch ein bisschen subtiler, indem ich Einheiten grün mache, die selbst verschoben worden sind, wo das völlig legitim war und wo ich auch der Meinung bin, okay, das Verschieben war jetzt keiner Kommunikation würdig. Keine Ahnung. Zwei Grundlagentage hintereinander mit Laufen und Rad und das wird getauscht oder eine Stabeeinheit wird am nächsten Tag in die Früh gezogen, dann mache ich die auch kommentarlos grün. Wenn Einheiten verschoben werden, die meiner Meinung nach nicht passen, die bleiben dann grau und die andere rot. Es gibt aber auch Athleten mit Premium Account, die können sich das selber vorstellen. Ja, das ist natürlich dann... Achso. Also da, wie gesagt, wenn es dann soweit ist, ich glaube, das muss dann der Athlet mit sich selber vereinbaren und er kauft den Plan und muss dann sich dessen auch bewusst sein. Ich habe einen jungen Athleten, der hat einmal der Walzentraining ausfallen lassen, weil er, wie gesagt, ich habe viele junge Athleten, der hat das ausfallen lassen müssen, weil seine Frau von ihm was wollen hat und dann habe ich ihm eingetragen, 45 Minuten grün. Das war halt kein Radlfahren. Ja. Zickerwitz, oder? Das wird jetzt vielleicht von der Herz-Kreislauf-Belastung ähnlich gewesen sein. Verdammt jung mit 45 Minuten, oder? Ach gut. Ja, na, auf jeden Fall. Ich glaube aber, um auf das ernst gemeinte Thema noch einmal zu replizieren, ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist, wie sehr der Plan mitunter torpediert wird durch das Freiwillige... Durch Sex. Also durch das... Ja, ja. Also hat der Klitschko schon immer gesagt. Drei Monate vom Boxen wird nicht... Naja, egal. Also wenn man den Plan halt wirklich eigenmächtig komplett auf den Kopf stellt, wie viel dann da doch wirklich auch leistungstechnisch liegen bleibt. Ich glaube, und ich verstehe den Gedanken im Ansatz, dass man sagt, okay, der Trainer hat sich gedacht, die Einheiten sollten unter der Woche sein. Wenn es sich zeitlich in der Reihenfolge nicht ausgeht, ich aber die Menge schaffe, dann komme ich am Wochenende, am Ende der Woche, quasi auf dem selben Level, raus, wie es eigentlich der Plan war. Das ist ein Riesendrugschluss. Und der Drugschluss liegt vor allem darin, dass das Grünwerden einer Einheit sehr stark auf die Zeit reduziert wird. Sehr stark nur auf die Zeit reduziert wird. Grün wird die Einheit, wenn eine Abweichung von, ich weiß es gar nicht, 10 Prozent oder irgendwas. Also ist eine prozentuelle Abweichung auf alle Fälle. Bei längeren Einheiten hat man mehr Spielraum, dass die grün wird, als bei kürzeren. Und das war nur auf die Zeit abgesehen. Und es gibt ja ganz viele andere, Faktoren, und das ist dann wieder genau das, von dem du sprichst, die Qualität der Einheit ist dann nicht dasselbe, wenn ich es ans Ende der Woche schiebe. Es wird alles grün, weil die zeitliche Vorgabe erfüllt worden ist. Aber der Trainingsreiz ist nie im Sinne des Erfinders und in Kombination dann manchmal zu viel oder meistens zu viel. Ich erinnere mich an eine legendäre Ausfahrt, also ein Beispiel, das auch wir Blödsinn machen, wo mich der Max angerufen hat und gesagt hat, ich habe die ganze Woche nicht trainieren können, fast mit mir acht Stunden. Und das haben wir dann gemacht. Aber es war idiotisch. Und es war in Wahrheit auch so eine der Saisonen, wo ich ohne dem Max zu nahe zu treten, er war immer besser als ich, es mit seiner sportlichen Leistungsfähigkeit auch bergab ging, weil er gedacht hat, etwas kompensieren zu können mit solchen paar Vorschritten. Und das geht eine Zeit lang, wenn man früher schon sehr, sehr viel gemacht hat. Aber am Ende des Tages ist die Regelmäßigkeit und auch die Ausgeglichenheit der Einheiten im Plan, gerade bei einer Sportart wie Triathlon, nicht von der Hand zu weisen. Konsistenz ist key. Also das kann man runterbrechen bis ins Kleinste. Dabei geht es nicht irgendwie um einen Jahresplan, sondern es geht im Endeffekt um die ganze Woche. Braucht man sich ja nur mal vorstellen, wenn du vier Tage nichts machst und dann drei Tage viel, ist es eine ganz andere Leistungsentwicklung, als wenn es dann sieben Tage verhältnismäßig jetzt weniger machst. Und das schlägt sich jetzt über die Jahre in der Erfahrung schon wirklich nieder. Also die Athleten, die sehr konsequent, sehr konstant und im Bereich immer, kommen wir noch vielleicht dazu, auch in Kombination mit Feedback und Kommunikation mit dem Trainer zum richtigen Zeitpunkt arbeiten, haben die beste Entwicklung. Und mit der Kommunikation zum rechten Zeitpunkt meine ich eben, wenn sie wirklich eine Einheit, eine Einheit, die offensichtlich nicht verschiebbar ist, ändert, dann muss man einfach kommunizieren und nachfragen. Und dann wird ja der Trainingsplan im Endeffekt wieder grün. A, wenn das nicht so absolviert werden kann wie geplant, dann wird umgeplant. Aber eben wieder mit vielleicht nicht der A-Option von dem Ganzen, sondern mit der B und D. Das heißt aber noch lange nicht, dass D viel schlechter sein muss. Die muss ja gar nicht schlechter sein. Es gibt tausend Wege, die nach Rom führen und oftmals kommt man, es wäre, man muss sich ja immer nur die Frage stellen, wenn die Zeitvorgaben in der Woche einfach von Natur aus anders ausgeschaut hätten, dann wäre auch der bestmögliche Plan für die Zeitvorgabe rausgekommen. Und das ändert sich halt dann einfach nur kurzfristiger, weil jetzt nennen, das ist ja nichts anderes. Genau, und an die Situation angepasst, ist es dann die optimale Version. Und ich denke auch, dass das mitunter der größte Grund sein muss für einen Athleten, sich einen Trainingsplan zu kaufen, so wie wir ihn anbieten. Und da gibt es ja nicht nur uns, sondern auch viele andere. Und wenn das einmal nicht möglich ist in so einer Planung, ist irgendwas falsch. Man kauft die Expertise, um immer sicher zu sein, dass man die Einheiten am richtigen Ort hat und an der richtigen Stelle in der Woche. Ja, also ich kenne auch jemanden, der, kann man ja ganz offen sagen, der zum Beispiel vom Triathlon-Magazin die Trainingspläne macht. Und der hat gesagt, der kann das arbeitstechnisch so vereinbaren, dass er den wirklich eins zu eins so macht, wie der am Plan steht. Und das funktioniert für ihn. Sag ich, ja, warum soll es nicht funktionieren? Die Pläne sind sehr gut. Das, warum die Pläne nicht funktionieren, ist im Regelfall deswegen, weil es kaum einer so umsetzen kann, wie es da drinsteht. Also auf dem Tag genau mit der Stundenanzahl. Wenn ich das wirklich für mich selber mit der Arbeit vereinbaren kann oder mit der Familie, dann gibt es ja keinen Grund. Der, der sich den Plan einfallen lassen hat, hat einen guten Plan geschrieben. Oft, wo Sie es sind, weil Sie sich die Sub-9-Pläne nehmen. Das ist durchaus richtig. Das ist das, was ich vielleicht noch reingrätschen wollte. Der Plan muss dann halt individuell angepasst an das Ausgangsniveau vom Athleten nicht unbedingt passen. Aber wenn das auch noch zutrifft und wenn man es dann die richtige Auswahl trifft von Sub-9 oder Sub-10 Sub-9 ist eh in den 90er-Jahren jetzt immer bei Sub-7. Genau. Das ist auch geil. Ja, aber ich sage einmal, das ist ja im Grunde genommen angesichts der ganzen Gimmicks, eigentlich ist es mehr als ein Gimmick, wenn wir Wattmessgeräte, wenn wir Wattmessung beim Laufen nehmen, ist es so, dass die Sub-9-Leistung, um das als Beispiel jetzt wieder aufzugreifen, eine so komplexe ist, weil du hast beschissene Schwimmer, du hast großartige Schwimmer, du hast Radlfahrer, du hast Läufer. Herrgott nochmal, die Ausgangssituation macht schon einen Unterschied. Die Hauptarbeit unserer Pläne ist ja eigentlich auch, dass wir die Leistungen, die im Training realisiert werden sollten, nämlich nicht die Dauer, sondern die Intensität, das Tempo, die Pace, das alles, das schütteln wir uns ja nicht aus dem Ärmel, sondern da ist ja die eigentliche Gedankenarbeit dahinter. Da wirf jetzt vielleicht dann auch ein Verbesserungspotenzial für Training Peaks auf den Tisch. Warum kann man, oder vielleicht kann man dafür gewisse Einheiten oder die Auswahl ermöglichen, die Grünheit der Einheiten nicht nur auf die Zeit zu beschränken. Also, ich glaube, dass zum Beispiel ruhige Grundlagenläufe wirklich eher ruhig und Grundlagenläufe per se werden würden, wenn sie nur dann grün werden, wenn die Intensität eingehalten werden würde. Ja, das wäre lustig. Also, das wäre ja eine coole Auswahlmöglichkeit nur zusätzlich, müsste realisierbar sein, dass wenn die Intensitäten erledigt werden, sind die Gedanken. Mario produziert gerade einen Haufen Suizidgedanken. Nein, ich mache das anders, also die produziere ich anders, die Gedanken, die ich tadle ja tatsächlich, wenn Leute sich nicht anders halten. Ja, das mache ich auch. Also, das macht sie sich ja auch. Ich weiß ja jetzt nur, dass ich da schon kritisch bin und den Leuten sage, das war für die Fisch. Wenn das war vielleicht geil, so etwas darf hin und wieder mal passieren. Ja, absolut. Aber wenn da eine Regelmäßigkeit dahinter ist, dass man sich, ich weiß nicht, bei Grundlageneinheiten abschießt und bei Intervalltrainings-Einheiten vielleicht eben nicht, dann haben wir ein Problem. Ja. Aber da ist Trainingpixer jetzt mal von der Farbenbläre vielleicht nicht so, aber es ist so, dass du das so schön rauslösen kannst, dass du sofort siehst, was da gespielt worden ist. Ja, und vor allem, du siehst das ja im Endeffekt dann auch an den TSS. Also, wenn er jetzt einen 60-Minuten-Lauf, 60 gebrannte TSS hat und er hat 100, dann ist irgendwas passiert. Ja gut, die Analyse ist relativ leicht und da ja die Vorgabe. Aber ich verstehe deinen Wunsch, das wäre schon lustiger. Aber es wäre lustig und cool. Das ist Gamification, ja. Ja, aber dass eben genau die Intention der Athleten, das alles grün zu machen, auch genutzt werden könnte, um das Training qualitativ besser zu machen und nicht nur quantitativ in die richtige Richtung zu lenken. Mehr TSS ist immer besser. Ich kann mich erinnern an Marc Czabek und ich haben mal zwei, drei Wochen gezockt und geschaut, wer mehr TSS-Punkte zusammenkriegt. Aber der hat geschummelt, der ist viel geschwommen. Über das Schwimmen kriegt man mehr TSS-Punkte? Ich weiß nicht. Ja, doch. Also wenn du die Werte wirklich, also wenn du tatsächlich die Critical Swim-Power einfließen lässt, ist es relativ leicht möglich, hohe TSS-Werte zu erzielen. Also die Schwimm-TSS-Punkte, Klammer, generell, kategorisch einmal aus, wenn das Athleten machen, dann müssen sie den nach ihrem Gefühl zusätzlich eintragen, im Vergleich mit anderen, wo es wirklich messbar ist. ansonsten TSS, nicht der Zusatz, aber sonst nicht für viel zu brauchen. TSS steht für Training Stress Core und soll einfach bewerten, aus Dauer und Intensität der Einheit, wie viel Stress die Einheit verursacht hat. Genau. Ich arbeite selber ehrlich gesagt nicht so damit. Gut, ja, dieses Performance Management Chart ist ein gutes System, das sich Training Peaks ausgedacht hat. Trends kann man gut ablesen, aber ich wäre sehr vorsichtig mit der Mikroebene. Vielleicht machen wir da mal ein eigenes Thema zu dem Ding. Das ist sicher. Ich würde für eher jetzt noch im Rahmen des Podcasts auf deinen, hoffentlich jetzt schon geschützten Begriff, PSS eingehen, auf den Private Stress Core. Ach so. Mein eigenes Markenrecht schon wieder vergessen gehabt. Das ist Wahnsinn. Hast du das jetzt eh angemeldet? Ja, ja, das werde ich jetzt gleich machen. Gleich, nachdem ich das Support-Ticket in den Training Peaks habe. Einheiten, die nicht stattfinden, die rot werden, aufgrund von Befindlichkeiten. Also Befindlichkeiten meine ich jetzt wirklich, es funktioniert, ich stehe auf in der Früh und weiß, okay, die Einheit funktioniert nicht, weil vielleicht Ruheherzfrequenz zu nieder ist, zu hoch ist oder tot und nieder ist, soll natürlich nicht abhandengekommen, dieses Gefühl. Also, weil wir da vorher gesagt haben, naja, Pushti trotzdem zur Einheit, auch wenn man sich wirklich einmal schlecht fühlt oder eben dann auch gewisse Parameter wie HRV, Ruheherzfrequenz, was man eben auch, was man vielleicht auch alles mitmisst, sehr weit vom Durchschnitt, vom sonstigen Durchschnitt abweichen, dann soll man bitte auch gerne Einheiten auslassen oder abändern oder kürzen oder nicht so intensiv machen. Im besten Fall halt wieder mit Hausverstand oder in Absprache mit, wenn der Trainer da ist mit dem Trainer. Was ich da gerne mache, ist, wenn jetzt zum Beispiel beim Hittraining, ist mir das letztens passiert, der Athlet ruft mich an, sagt, ich mag das Leben nicht, wenn ich die Einheit mache, bin ich tot. Ich habe gesagt, was ist denn los? Ja, das letzte Mal schon so arg gewesen und wir haben ja auch vorhin in der Vorbesprechung geredet über die prozentuelle Belastung bei Hitteinheiten, dass sie bei manchen bei 130% sein kann und manche sind mit 106% schon hoch belastet. Einerlei, was ich dann manchmal mache, wenn es indiziert ist und ich mir denke, okay, das können wir jetzt probieren, ist, dass ich tatsächlich die Einheit um zwei, drei Prozentpunkte entschärfe und auf einmal funktioniert es. Der ist noch immer in der kardiovaskulären Belastung, die wir haben wollen und vielleicht, ganz sicher sogar, programmiert er sich positiv, indem er sieht, hey, die zwei, drei Prozentpunkte weniger, also ein Schaß im Wald, bewirken, dass ich das jetzt souverän abgeleistet habe und wenn man hin und wieder solche, nicht falsch verstehen, schwächer dimensionierten Hitteinheiten hintereinander koppelt, ist sogar durchaus mehr Wachstum drin, als wenn man immer am absoluten Limit operiert, weil das, und das beschreibt auch Seiler relativ gut, ist problematisch, dass der höchstmögliche Erfolg, das hat er festgestellt, irgendwo zwischen 90 und 93 Prozent Hardrate Maxis und die Haberer, die auf 95 gehen, das schon so grindig finden, dass in Wahrheit die Leute eine unglaubliche oder eine nicht in Relation stehende Angst zu diesem Training entwickeln und das ist auch nicht Sinn der Sache. Ja, ich glaube auch, gebe ich da voll recht, ich glaube auch nicht einmal, dass man die Einheit nur entschärfen muss, man kann den, also gerade bei HIT, wo es jetzt wirklich irgendwie umgeht, darum geht, wie viel Zeit verbringe ich in diesem Bereich, kann ich die Einheit auch einfach aufteilen. Also ich bringe ganz klassische Hausnummer jetzt da, wenn wir sagen, viermal drei Minuten, irgend sowas, und 110 Prozent ist zu viel und du sagst, okay, probieren wir es mit 106 Prozent, wo ich da voll recht gebe, das ändert wahrscheinlich wenig in dem Bereich, aber zum Beispiel kann ich vielleicht noch ein fünftes Intervall dazugeben oder hinten drauf noch eine Minute oder sowas und das ändert, aber mitunter ist es sogar vielleicht besser, das ist jetzt natürlich nicht messbar, außer mit Muskelbiopsie oder sonst was, was wir nicht so oft machen, aber das, im Endeffekt ist es, hin und wieder. Aber es ist, das ist schon eine spannende Sache, weil ich glaube, absolut, dieses kleine Ärzeln macht oft ganz viel aus und wenn man dann sieht, dass durch diese zwei Prozent, die man da runter geht, hinten raus, vielleicht sogar noch ein fünftes Intervall mit drei Minuten geht oder wenn es jetzt viermal drei Minuten waren, vielleicht noch eins mit zwei, dann ist ja der Ertrag unglaublich hoch, obwohl man vermeintlich entschärft hat. In Wahrheit hat man es gar nicht entschärft, sondern man hat die Einheit nur strukturell umgebaut, also da ist echt viel machbar, das stimmt. Bei solchen Angsteinheiten ist mein Rat oder meine Vorgangsweise eher immer eine progressive. Das heißt, ich setze die erste Serie, wenn es da mehrere gibt, oder das erste Intervall bewusst immer niedriger an und gebe dann die Option auf eine Progression, auf eine Versteigerung weiter. Wenn nicht auf der komplett anderen Seite, das ist lustig. Die Athleten haben dann die Möglichkeit, bei allen, also bei denen, was halt maßgebend ist. Manche brauchen einfach die direkte Vorgabe und das wird abgearbeitet ohne Wenn und Aber. Andere brauchen einfach diesen Einstieg, eben genau diese zwei, drei, vier Prozent weniger an Leistung, die jetzt abzuarbeiten ist, um in die Einheit zu finden und zu merken, okay, eigentlich geht das eh ganz gut und dann kommt man wieder auf die Zielleistung hin und oft sogar dann drüber. Du meinst das mit einer Freigabe hinten raus. Ich mache es zum Beispiel so, wenn man weiß, dass das wirklich jetzt beim konkreten Athleten oder Athletin so ist, dass der die Angst hat vor der Einheit, dass man die bewusst nicht progressiv baut, also sprich, dass man vom Mindsetting her weiß, okay, wenn der erste Block abgearbeitet ist, wird es sukzessive leichter, weil wenn man sich den Cardiac Drift und alles anschaut, ist es in Wahrheit, wenn es hinten degressiv ist, wurscht. Der Impact auf den Körper jetzt im positiven Sinne bleibt gleich und das ist halt eine spannende Sache, während es für den Kopf unglaublich leicht ist, wenn ich weiß, boah, das wird jetzt wirklich mit jedem Intervall In Wahrheit ist ja wieder derselbe Ansatz. Für diejenigen, für die das erste Intervall dann gerade packbar ist, wird die Belastung, selbst wenn es nicht steigern, auch dementsprechend höher werden, vor allem wenn man es in Richtung der VO sieht und solche Geschichten und andere, die es dann vielleicht einen guten Tag erwischen und eben vielleicht einmal gut gegessen haben oder genug geschlafen haben oder was auch immer, können dann noch steigern. Und am Ende des Tages, am Ende der Einheit, haben alle den gleichen Output, nämlich einen optimalen Trainingsreiz und ich glaube, auf den kommt es dann immer drauf an. Ich glaube, auf das können wir zusammenfassend den Podcast reduzieren. Ja. Das hat es da bei mir. dass im Endeffekt der optimale Trainingsreiz, der bestmöglich wirksamer ist und der bestmöglich kontinuierlich haltbare, würde ich auch ergänzen. Ja. Und da bedarf es einer guten Kommunikation, wenn der Plan angepasst werden muss mit dem Trainer. Wenn es keinen Trainer gibt, dann sollte man einfach ein gutes Gefühl entwickeln und ein Verständnis dafür, wann wo welche Einheiten Sinn machen im gesamten Trainingsprozess ist und wofür man welche Einheiten macht und wie sie die gegenseitig torpedieren könnten. Und wenn man das Ganze beherzigt, dann kommt man glaube ich entlang von einem roten Faden optimalerweise zum Ziel. Und das Ziel, ja, kann jetzt eben ein Wettkampf sein oder einfach das Erreichen eines nächsten Levels im Trainingsprozess. hast du sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, wir schließen die heutige Podiumsdiskussion. Amen. In diesem Sinne, schaut, dass der Plan grün bleibt und wenn ihr Fragen habt, meldet euch unter info at sweetspot-training.de Ciao. Ciao, grüß euch.